Die Natur ist so extrem vielfältig. Arten sterben auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite gibt es Populationen, die sich gerade jetzt erst neu entwickeln. Ich glaube, die Natur ist stärker. Wo die kleine Lücke ist, sprießt die Pflanze. Und sobald sie nicht gestutzt wird, wird die auch groß und kräftig. Und nichts anderes versuche ich mit meiner Arbeit auch. Ich versuche permanent einen Weg zu finden. So viel Vielfalt in der Welt. Ich will das in meinen Arbeiten erhalten oder schaffen eigentlich. Mit Objekten erstmal einen Blick für natürliche Strukturen oder natürliche Prozesse wieder öffnen. In einer Zeit, wo die Natur an manchen Tagen verrückt spielt. Hier gibt es ein Hochwasser. Dann trocknet wieder ein Flussbett aus. Und es sind genau die Strukturen, die eigentlich bei mir zu finden sind. Ausgetrocknete, aufgerissene Dinge, wo sich Ebenen über Lande lagern, wo vielleicht was herauswächst. Oder der Blick aufs Meer, um was kommt am Sand angespült. Das könnte genauso gut der Weg durchs Mikroskop sein. Oder der Blick von vielleicht weit oben als Satellit auf die Erde, wo plötzlich Strukturen sichtbar werden, die eben nur mit einem Weitblick möglich sind. Und da drüber hinaus sich zu sagen, okay, wir können nicht sechs Milliarden Menschen die Erfahrung geben, mal von draußen zu schauen, ach, wie schön ist eigentlich unsere Welt, sondern zu schauen, wie kann ich das hier vielleicht vorführen. Wenn Porzellan irgendwo aufgetragen wird, wo es nicht schwinden kann, also kleiner werden kann, dann reißt es. Es reißt in großen Schollen, in kleinen Schollen. Es reißt teilweise unberechenbar oder bricht es halt berechenbar. Stefan hat, in kleinen Schollen, in kleinen Schollen, in kleinen Schollen. Er hat einen wahnsinnsgeschärften künstlerischen Blick für Details, für das große Ganze. Er hat hier eine Idee und macht Gegenüberstellungen, an die ich niemals gedacht hätte. Die Organisation hat Stefan vollkommen auf dem Schreibtisch. Das erlaubt mir, in meinem Traumberuf zu leben, zu arbeiten und mich mit ausschließlich den Sachen herunzuschlagen, die unmittelbar mit der Arbeit zu tun haben. Ich möchte nicht gegen einen Fehler arbeiten. Ich möchte nicht gegen Schwierigkeiten arbeiten. Ich möchte mit diesen Schwierigkeiten arbeiten und vorankommen. Was hat man denn bisher so gemacht und was war immer so? Aber meine Bedingungen sind jetzt andere und was könnte ich dafür ändern? Zum Beispiel bringe ich die Glasur im trockenen Zustand drauf. Dieses Bild ist in dem Moment, wo ich das plane oder wo ich das erarbeite, unglaublich vielschichtig. Und dieser Prozess, der ist eigentlich für mich das Interessante. Der Unterschied von Glasur vor dem Brennen, Glasur nach dem Brennen, der ist hier so extrem. Und es gibt so viele Faktoren, die da mit hineinspielen. So habe ich Schritt für Schritt Wege gefunden, jetzt hier eine ganz andere Ausdrucksweise zu empfinden. Jedes Bild, was unten drunter ist, trägt zwar dazu bei, dass am Ende ein Bild entsteht, aber die Struktur, die unten drunter liegt, die ist im Niemandsland verschwunden. Ich muss an der Materie arbeiten, um an mir zu arbeiten. Und je mehr ich Dinge erschaffe, umso mehr lerne ich ja dazu. Und das ist es vielleicht auch. Ein lebenslanges Lernen an den Dingen oder ein Wachsen an den Dingen, die ich arbeite. Und ohne die Sackgasse hätte man den Weg ja gar nicht gefunden. Ohne dass man vielleicht negative Erfahrungen macht, kann man nicht sagen, okay, so geht es nicht. Bei mir passiert es meistens so, dass ich es zulasse. Also dieses negative Gefühl, um dann daraus zu schöpfen. Und dann kann ich wieder auf der Welle reiten. Was ich eigentlich nicht möchte und nicht im Leben, was überhaupt nicht meinem Charakter entspricht, ist, etwas zu müssen. Es ist immer so, in der Arbeit, im Leben, es ist immer Ärger. Und genau das möchte ich nicht. So bin ich nicht. Ich möchte mich freuen. Und das ist tatsächlich so, wenn man den Dingen ihren Lauf lässt. Dieses Selbstbewusstsein, das wünsche ich einfach nur jedem jungen Menschen, weil das ist einfach das, was eben in jungen Jahren noch fehlt. Zu denken, hat das jetzt Sinn? Und es macht eben nur Sinn, wenn man den Weg weitergeht. Wenn man hierhin, dahin, dorthin und schwankt und nicht so richtig weiß. Also deswegen diese Offenheit zu haben oder diesen Mut zu sagen, ich weiß jetzt nicht genau und hundertprozentig, wie es rauskommt. Das ist eigentlich dieses Zulassen und Werden und der Evolution folgen. So was macht die Natur. So was macht die Natur.